So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO, bzw. haben wir wieder eine kleine Infofolge für euch. Der Xtreme hat mir nämlich eben schon einen Artikel geschickt gehabt, der in-game angezeigt wurde. Der war irgendwie auf halb Englisch, halb Deutsch, so wie das bei mir ankam. Bei ihm war der Artikel nur auf Englisch, bei mir war ein bisschen was Deutsch und der Rest auf Englisch. Jetzt mittlerweile wird er in-game angezeigt, komplett auf Deutsch, zu dem neuen Event für Pokémon GO, in Verknüpfung mit Pokémon Home. Aber da steht jetzt nicht so viel ausführlich, denn ein was, was in diesem englischen Text komplett drin stand und was mir aufgefallen ist, ist Shiny Fleckmon, Shiny Lammus, Shiny Letterking. Letterking? Egal, wie heißt der andere? Ach, ich hab's schon wieder komplett verhauen. Na, ich hab auf jeden Fall Lammus, Fleckmon, Lammus und Laschoking. Hä? Es gibt Laschoking und es gibt Letterking? So, man sind die verwandt. Auf jeden Fall hab ich euch jetzt mal das Bildchen hier reingeschmissen, damit ihr das mal seht. Und wir wollen mal kurz gucken, um was geht's denn? Ihr wisst ja, Pokémon Home wurde freigeschalten. Man konnte das jetzt also nutzen, damit man Pokémon transferieren kann. Aber eben auf Pokémon Home, da seinen persönlichen Pokédex sammeln, mit der Interaktion erhält man bei Pokémon GO eine Meltan Box. Es soll da ein Event dazu geben. Man wusste nicht, wann das Event kommt. Jetzt steht ein Datum fest. Und ihr habt durch dieses Event wieder die Möglichkeit, Shiny Meltan zu bekommen. Das ist also das eine. Dass es aber noch mehr gibt bei diesem Event, Dazu kommen wir jetzt. Denn es steht alles nochmal hier. Anlässlich des Pokémon Home Events sind Shiny Lammus und Shiny Melmetal erhältlich. Welche neuen Raid-Bosse kommen und was sonst noch alles geplant ist, lest ihr hier. Passend zur kürzlich erfolgten Freischaltung der Übertragung zwischen Pokémon GO und Pokémon Home gibt es nun ein Pokémon Home Event und diese Möglichkeit gebührend zu feiern. Ich habe ja schon gesagt, für mich Pokémon Home eigentlich sinnlos. Das bringt eigentlich nur was, wenn ihr die ganzen anderen Pokémon Spiele habt und wollt ein bisschen hin und her tauschen oder irgendwas machen. Keine Ahnung. Ich habe nur Pokémon GO und da man von Home nicht auf GO zurücktauschen kann, bringt mir das alles nichts. Außer ihr würdet euch eine Meltan Box holen wollen. Brauche ich aber auch nicht. Ich habe mein 100% Melmetal. Ich habe Shiny Melmetal. Shiny Meltan habe ich alles voll. Für Leute ohne Switch. Ich habe auch keine. Ich habe die damals bekommen. Die Meltan Boxen immer. Grüße gehen raus an Marco. Und ja, letztens war der Falco auch da. Hat mir auch noch eine dagelassen. Eine Meltan Box. Auf jeden Fall bringt mir das jetzt nichts mehr. Euch, die noch kein Meltan haben, ihr freut euch natürlich. Oder die, die damals das Shiny verpasst haben, ist das auch eine gute Gelegenheit. Jetzt aber die Frage, wie das ist mit dem Fleckmon. Muss man dafür mit Pokémon Home interagieren oder nicht? Oder ist das einfach nur nebenbei? Dann würde ich natürlich mich auf die Fleckmon-Suche machen. Der Rest würde sich auf die Meltan-Suche machen. Und schon sind die Shiny-Jäger wieder gefragt. Das Event beginnt bereits am Dienstag, also morgen am 17. November um 8 Uhr. Und endet am Montag, dem 23. November um 22 Uhr. Ortszeit. Das heißt, ich habe ja schon angekündigt, ich möchte morgen drei Community-Rates machen. Mit Terrakium, Iridium, Kobalium. Jetzt startet morgen auch noch ein Event, wo man einen Fleckmon-Shiny suchen muss. Wo es wieder eine befristete Forschung gibt, sozusagen. Spezielle Aufgaben. Also es ist schon wieder alles auf einmal, wird zugepackt. Morgen auch noch Spotlight-Stunde. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Wann ich dann die... Kommt drauf an, was in der Forschung gemacht werden muss. Vielleicht kann man das in der Spotlight-Stunde schon mit erledigen. Morgen auf jeden Fall die Community-Rates an erster Stelle. Ab 8 Uhr morgen Früh, Ortszeit. Merkt euch das. Dann Pokémon wie Alola-Sandarn. Gibt es ja auch als Shiny. Zubat gibt es Shiny. Alola-Dicta gibt es Shiny. Fleckmon gibt es dann Shiny. Äh, Magnetilo gibt es Shiny. Ditto gibt es noch nicht Shiny. Wann das kommt, wissen wir nicht. Porygon gibt es Shiny. Huthut gibt es auch noch nicht. Remorite, Flurmel, Lilieb. Äh, gibt es auch noch nicht. Anorith gibt es Shiny. Waumball noch nicht. Tarnpignon noch nicht. Auf jeden Fall erscheinen die alle häufiger in der Wildnis. Was ihr davon am coolsten findet, könnt ihr ja mal reinschreiben. Viele Leute brauchen ja auch immer noch ein Ditto für ihre Aufgabe. Gönnt euch also Ditto. Aus den 5km-Eiern schlüpfen Nidoran. Männlich, Nidoran. Weiblich, nur hier in der Dreh-Dreinfolge. Fleckmon, Amonitas, Caputo, Lilieb und Anorith. Das ist also interessant. Mal gucken, ob Sabrina wieder Event-Eier brütet. Und diesmal 5km-Eier. Oder ob man auf 5km-Eier verzichten kann. Ich weiß nicht, was da jetzt der Anreiz sein soll. Bei den Siebnern gab es wenigstens Riolu. Was den meisten gefehlt hat. Und es steht explizit nochmal hier. Erstmals erscheint Fleckmon auch in seiner schillernden Variante. Damit sind auch Lamus und Lasho King in ihrer schillernden Variante erstmals verfügbar. Bei Lasho King sieht man wenigstens Unterschied. Bei Fleckmon eigentlich kaum. Aber am coolsten finde ich einfach Lamus. Deswegen habe ich euch das hier auch eingeblendet. Es gibt eine befristete Forschungsaufgabe anlässlich des Events. Bei der man unter anderem Mega-Tau-Boss-Energie. Und Begegnungen mit Fleckmon und Kaumalad erhalten kann. Also cool, vielleicht kriegt man ja auch einen Shiny aus der Forschung. Oder einen Shiny Kaumalad. Gibt es ja auch. Durch Event-Feldforschungen kann man unter anderem ebenfalls Begegnungen mit Fleckmon erhalten. Also ihr kriegt das. Uh, Sabenda has become a member. Also jetzt ist es auch noch hier live auf Video. Ihr könnt das also aus den Feldforschungen bekommen. Ihr könnt das aus den Eiern bekommen. Ihr könnt das wild fangen. Im Endeffekt gibt es auch noch Einer-Raids mit Fleckmon dann. Ihr könnt, egal was ihr macht, ihr könnt auf jeden Fall Fleckmon erhalten. Mega-Tau-Boss wird während der Dauer des Events einen WP-Boost erhalten. In welcher Höhe ist allerdings noch nicht bekannt. Wer noch keinen es entwickelt hat, kann das dann machen. Während des Event-Zeitraums hat man wieder die Chance, mit etwas Glück einem schillernden Meltan zu begegnen, wenn man eine Wunderbox aktiviert. Da ist der Unterschied auch nicht so groß. Aber Meltan hatte eigentlich eine recht gute Shiny-Quote, Shiny-Rate, sage ich mal. Ich habe es, glaube ich, nicht einmal erlebt, wenn ich eine Box geöffnet habe, dass kein Shiny dabei war. Manche haben sogar aus einer Box zwei, drei Shinys rausgezogen. Deswegen nutzt er es auch. Vom Montag, 22 Uhr bis Dienstag, die Woche drauf, um 22 Uhr erscheinen Kobaldium, Terrakium, Viridium. Das wissen wir ja. Also morgen früh ab 6 Uhr könnt ihr raiden, ab 8 Uhr könnt ihr Fleckmon jagen. Außerdem spezielle Avatar-Items wie Melmetal-Jacke, Weste, Schuhe und die Giga-Eich-Brille im Shop. Da bin ich mal gespannt. Die meisten Leute kleiden sich ja sowieso immer um, wenn was Neues rauskommt. Und wir sehen uns morgen bei den Community-Rates. Braucht ihr noch Shiny-Melthan? Schreibt es mal in die Kommentare. Freut ihr euch auf Shiny-Fleckmon? Was findet ihr cooler, Melthan oder Fleckmon? Schreibt mal alles rein, hin und her. Seid ihr gespannt? Habt ihr schon irgendwas auf Pokémon Home getradet? Nutzt ihr das? Nutzt ihr das nicht? Was sagt ihr zu dem Event? Lasst mal alles da. Nachher gleich, in einer Stunde geht es schon los. In einer Stunde dann noch der Livestream, die Level 40 Account-Verlosung. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.